Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Goldhofs News. Ja, wir haben weiterhin kein neues Mitglied reinbekommen, das heißt weiterhin gute Nachrichten für die Wartenden. Und zwar möchte ich diese Woche zum Stream einladen die Lena Shadowhaven, die Angelica Yellowborn, die Myra oder Myra Shiley, die Katja Fishstorm und die Dina Snowstreet. Ja, das sind die fünf, die diese Woche auf meiner Liste stehen zum Einladen. Wenn ihr diejenigen seid oder diejenigen kennt, dann sagt doch eben Bescheid, ob noch Interesse besteht. Und ja, dann würde ich euch nämlich einladen als nächstes. Für alle anderen gilt, die Warteliste ist nach wie vor gesperrt. Es rutscht nach wie vor keine auf. Es sind nur die, die ich jetzt einlade, die ich eben genannt habe. Ansonsten müsst ihr euch weiterhin leider noch gedulden. Das war es dann auch schon wieder von den Goldhofs News für diese Woche. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann seid doch nächste Woche Montag wieder mit dabei. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020